Verdammt nochmal, mach es. Verdammt nochmal, mach es. Und wie sieht die Wurst aus? Zeig das Würstchen. Es ist flüssig. Es ist absolut flatter Schiss. Ich esse das Spanische Essen nicht. Leute, das Ding ist, wir hatten kein Hundefutter dabei. Wir haben ihnen nur so Nassfutter gegeben, was wir im Laden bekommen haben. Das ist die erste Kacke von Taro, die müssen wir doch sammeln. In Barcelona. Wieso machst du das? Nein, nimm doch mit jetzt. Wo ist das? Nein, das ist die erste Kacke von Taro. Willst du dich nach Hause aufhängen? Junge! Nein, du bekommst 100 Euro von mir, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Auf ein Auto. Komm, wir werfen, wir laufen weg. Elli! Komm, ich schmeiße.